Auf geht's ins Spuk-Schloss, ins sechste Stockwerk. Immer diese Aufzugsfahrt. Ich habe die Aufzugsfahrt. Okay. Ah, da dürfte ich doch hier durchkommen. Ja. Ja, wenn da mal kein Geist drin ist. Ne, nur Mäuse. Nur Mäuse. Das sieht doch sehr nach Kampf-Arena aus. Ja, der fordert uns doch heraus. Ich will den Knopf haben. Ja. 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 Ja, mit dem kann ich ja so gesehen nicht sterben. Ach, der kann einfach durchschlafen. Ach, der kann einfach durchschlafen. Ja. Ja. Bis jetzt noch sehr einfach. Oh! Da versteckt sich noch einer. Ach, da sind gleich zwei. Oh, ein Schuss. Ob man die Fässer auch aufmachen kann? Ha! Das ist ein Zufall. Genau der Richtige. Wow! Nur Mäuse. Was haben wir hier? Eine Leiter. Oh. Da ist eine Münze. Ja, das war die falsche. Ich würde bestimmt die Fackel anmachen. Ja. Ja, das war. Ja, genau. Ah, ja, okay. Klar, ich lasse den hier. Mit dem gehe ich in den Aufzug. Mit dem fahrst du runter, genau. Ja. 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 Das ist an der Selber. Ja, ja. 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 Ach, die kann man ja relativ... Das geht ja ganz einfach. Oh, ja. Da ist ein Schlüssel. Ja, komme ich mit dem einfach da durch? Ja, natürlich. Okay. Dann ziehe ich einfach mal an dem Ding. Okay, ich habe es verstanden. Ja, mit dem. Und mit dem kann ich einfach den Schlüssel holen. Ja, sehr lustig. Oh, komm schon. Ah, nein. Komm mal. Aber ein Quatsch. Das war echt knapp. Die ist zu. Da ist wenigstens was zum Ziehen. Okay. Okay. Ich muss hier irgendwann hängen bleiben. Nee. Jetzt stimmt's. Ja. Okay, ich geh mit dem vor. Da kann ich ziehen. Okay, passiert nichts. Wenn die mich abschießen ist ja egal. Okay. So, mit den Schienen, ich würde sagen, ich muss die da vorschieben. Naja, so nicht. Ja, das funktioniert. Einfach. Einfach so ziehen. Jetzt kann ich mit dem einfach vorbei. Oh Mann. Oh Mann. Zwei Stück noch. Jetzt. Keine Chance. Ja. Na toll. Oh, da hat man aber viel Zeit. Vielleicht versteckt sich da ja irgendwas. Ja. 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 Das sieht aus wie eine Tür. Ja. Oh, oh mein Gott. Ja. 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 Das ist ja wohl dann der Endgegner. Jetzt hat er eine Rüstung angezogen. Ah. Ah, da kommen noch Pfeile raus. Na ganz toll. Ja, das klingt ja nichts. Das steckt auch nichts. Hmm. É... Ja, den Pfeil kann ich auch nicht abfangen. Okay. 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 Oh ja, das Herz kann ich gut gebrauchen. Ah, ich hab zu spät losgelassen. Nein. Ja. Ja, jetzt kriege ich ihn. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ah, ich hab schon wieder zu spät losgelassen. Das gibt's nicht. Das muss halt genau der richtige Moment sein. Jetzt hab ich dich. Oh, ich hab schon wieder zu spät. einmal noch jetzt habe ich dich das war's ich habe es geschafft ich habe es geschafft ich habe es geschafft ja die nehme ich noch mit ja doch jetzt ich habe es geschafft also meine Das Öko-Haus. Okay, das war's dann mit dem Part. Im nächsten geht's dann mit Etage 7 weiter.